Guck mal, was knallt denn da hier so oben? Warum fahrt ihr mal ein Stück hinterher? Ja, der ist bestimmt ein bisschen heß drauf hier. Bestimmt hier eine Zündkerze im Auspuffer oder so. Ja, das war ein bisschen Licht in die Hütte machen, einwandfrei. Dann weiß das gleich, worum es geht. Ja, zeigen ist auch gut. Warte mal, voran eben den du. Komm, gib jetzt Last hier. Guck mal, da ist der 90, guck mal hier da. Da macht komplett Terror. Guck mal, was ist mit dem Ding los? Das geht ja wie Sau. Geht der Porsche richtig hier. Guck, der fährt an uns vorbei. Guck hier, was ist denn das für ein Kombi? Ich steh voll drauf. Was ist denn mit dem Kombi los? Dann fährt er ja mal weiter weg. Was ist denn hier? Mensch, wir kriegen den gar nicht. Wahnsinn. Ich steh voll drauf. 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 Hey, was ist denn das? Ich steh voll drauf drauf. 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 Gott. Gott. Wir machen irgendwann schon etwas Leben. Vielen Dank.